Hallo zusammen! Heute werden wir euch eine inspirierende Geschichte über die Rettung von Tieren erzählen, indem wir den Werdegang von Brian, einem mutigen und liebevollen Kater, beleuchten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und eure Meinung in den Kommentaren zu teilen. Im Oktober 2023 kommt Brian, ein entzückender roter Kater mit durchdringenden Augen, bei der SPCA in Pennsylvania an. Leider leidet Brian an einer Augenerkrankung, die eine Operation erfordert. Das engagierte und fürsorgliche Personal der SPCA sorgt dafür, dass Brian die notwendigen medizinischen Behandlungen erhält. Nach einigen Wochen der Genesung erholt sich Brian und findet zu guter Gesundheit zurück. Nach seiner Genesung wird Brian in die Adoptionszone der SPCA gebracht. Seine sanfte und hoffnungsvolle Persönlichkeit fesselt alle, die ihm begegnen. Doch trotz seines offensichtlichen Charms bleibt Brian mehrere Monate ohne ein Zuhause zu finden. Diese lange Wartezeit beginnt an seinem Gemüt zu nagen. Er zieht sich zurück und verliert seinen anfänglichen Enthusiasmus. Sarah Brown, die Social Media Koordinatorin der SPCA, bemerkt schnell die Verhaltensänderung bei Brian. Sie weiß, dass er eine Chance verdient, eine liebevolle Familie zu finden. Sarah beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie macht ein rührendes Foto von Brian, das seine Verletzlichkeit und sein Bedürfnis nach Liebe zeigt und postet es in den sozialen Medien der SPCA. Sarahs Beitrag geht schnell viral. Hunderte von Menschen, die von Brians Geschichte berührt sind, zeigen Interesse daran, Ian zu adoptieren. Das Personal der SPCA ist erfreut über die große Liebe und Aufmerksamkeit für Brian, weiß aber, dass sie vorsichtig sein müssen. Sie prüfen jede Bewerbung sorgfältig, um sicherzustellen, dass Brian die ideale Familie findet. Schließlich, nach einem gründlichen Auswahlprozess, wird die perfekte Familie für Brian gefunden. Sobald er in seinem neuen Zuhause ankommt, passt sich Brian schnell an. Er findet seine Lebensfreude wieder und zeigt erneut sein liebevolles und verspieltes Verhalten. Heute verbringt Brian seine Tage damit, in den Sonnenstrahlen zu faulenzen, mit seinen neuen Spielsachen zu spielen und die Gesellschaft seiner neuen Familie zu genießen. Dank Sarahs rechtzeitigen Eingreifen und der Magie der sozialen Medien ist er endlich glücklich und erfüllt. Diese Geschichte zeigt, wie eine kleine Handlung einen großen Unterschied machen kann. Wenn ihr solche Geschichten mögt und mehr davon hören möchtet, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen. Und denkt daran, jedes Tier verdient eine zweite Chance. Danke, dass ihr dabei wart und bis bald mit einer neuen inspirierenden Geschichte.